So, Grüezi meine liebe Spielefreunde, heute zocken wir eine Runde Mario Kart, ja Mario Kart für den Super Nintendo, also wir spielen heute Oldies wieder, also wir zocken eine Runde Mario Kart, drücken Stadion, wir können sogar 1 oder 2 Player, ich hab das früher damals gesuchtet mit meinen Freunden, wir haben uns totgezockt, zu zweit haben wir immer an der Konsole abwechselnd, wir saßen immer zu dritt auf der Couch, beim Matthias hieß er damals und wir saßen immer bei den oben in dem offen, da hatte sogar oben so ein Zimmer eingerichtet, wo der Super Nintendo stand und da saßen, da hockten wir immer und haben uns totgedacht, immer Super Nintendo Mario Kart, das war so der Obershit, das hat auf jeden Fall Bock gemacht, wir machen einen Grand Prix, wir nehmen mal die 100er Klasse, sonst tuckern wir ein bisschen langsam her, und ja ist okay, und hier habt ihr auch gesehen, hier konnte man hier ein paar Charakteren, Charakter auswählen, einmal den Mario, einmal die Prinzessin Peach, einmal den Bowser, einmal den Schlag mich tot, ich weiß nicht wie der heißt, Cooper, nicht Cooper, das war auf jeden Fall ein Monster von Mario, da, Luigi und hier quasi, Yoshi und Donkey Kong und Tod, also falls ihr mir sagen könnt, wie dieser Charakter heißt, schreibt es mir unten in die Kommentare, ey, mir fällt es gerade nicht an, keine Ahnung, kein Plan, auf jeden Fall bin ich gerne mit, entweder mit Tod gefahren, oder mit diesem Charakter bin ich hier gerne gefahren, ich nehme mal Tod, und drücke auf ok, und hier konnte man die Strecken auswählen, einmal hier die einfachste Strecke, dann etwas mittel, und dann da unten den Spezialkap, ich nehme mal hier einfach mal die Mitte, die man gerade auswählen kann, Oh, hätte ich doch lieber den Anfang genommen, ich sehe schon, also ihr seht schon, das ganze Spiel spielt sie so quasi für das Fisk, hier unten habt ihr ein Radar, gehabt, und, Boah, ich bin nicht gut, ey, und jedenfalls konnte man das immer zu zweit zocken, dann ist da unten derjenige, wo das Radar ist, hat der andere gut gespielt, anstatt dem Radar, radar, boah, oh, boah, ich gehe drawing auf das Chracier, ich sehe das Ganze, es ist einfach nur 2D und man bewegt links, rechts, den Charakter, gruselig, aber damals war das einfach nur der Gcraft dissita, ey, kann ich nicht widerstanden, genau das sind, Yoshi hat einen Schlag bekommen, also wir hatten auf jeden fall spaß damals früher als bubs das war echt ein geiles spiel damals jetzt bin ich genau ins all gefahren aber ich bin zweiter und krieg die prinzessin mal einschlafen ja gib her das teil diese matschkacke die runden sind aber relativ kurz aber immerhin erster geworden direkt als nach langer zeit wo ich das gezockt habe das ist schon erst schlecht aber der jetzt gibt es schon augenklips teilweise dabei aber ich hoffe es kommt ghost valley also ich habe diese strecke geliebt eine große welt damals war das unsere lieblingsstrecke ghost valley also das ist auch jawohl alter wenn wir von der strecke rieder der konzerte wie geil ist das denn 21 und turbo katholische stadt aber ich erinnere mich dass ich die immer anders herum gefahren bin das ist nicht glücklich war war was ein scheiß und ihr seht schon die teile die man aufhebt diese icons die respawn nicht die bleiben dann einfach rot also wenn man einmal drüber gefahren ist es ist was ich da bin ich in meine eigene banane gefahren wie schlecht ist das denn hier mega schlecht ey ratten ey was geht denn jetzt hier ab ich war gerade erster fehler da kann ich höher springen kann ich abkürzen wow genau so abkürzen habe ich abgekürzt geil da achter da klaut ihr mir noch zwei münzen die ratte aber alter schleudertrauma springt alles kalt rüber habt ihr es gesehen aber ich habe zu aber bin jetzt direkt auch bin ich schlecht auf meiner lieblingsstrecke bin ich jetzt das ist aber nicht die bei der bei der die ich meinte da war so eine abkürzung bitte plütenedy letzter wie schlecht sommer explodiert ja nicht jeder kann immer nur erst da werden liebe leute muss auch mal letzter werden ach so man verliert sogar ein leben wenn man nicht erst mal gut zu wissen dann muss ich mindestens dritter oder so werden sonst scheinbar ist das eine albtraumstrecke gerade überall ecken also ich versuche mich mal ein bisschen zu konzentrieren konzentrieren damit ich hier mal vorankommen einmal verpässt dich ich bin wieder letzter lieber die 50er klasse nehmen da sind ecken aus der die abzukürzen hat nichts gebracht eiskalt also ist für sich abzukürzen diese ecken bausachen boah du ratte du noch nicht weiter weg du schnecken ein schildgeräusche aus der hölle blitz ist gut was war denn das er will ich den platt fahren hatte so ein rei ich muss mindestens färter werden bitte echt peinlich 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 damals war ich so gut in dem spiel und heute wahrscheinlich an den ganzen gefilmer hier ich brauche ein bisschen anti-alase in dem spiel feier ein langsam hab ich den dreh raus und da überholt er den nioshi heisgeiler drifter der md ecke er nimmt die kurve elegant und dann nimmt er den stern und gleich geht die party ab was da wenn ich den stern benutze ich bin ein junger gott da macht es doch von hinten wo 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 konzentration war du affe kommt zurück die tank das ist mein zweiter 5 oder nur mal schauen was kommt jetzt für eine hardcore strecke wir machen bin ich doch erst da muss ich das ist die mit diesen biebern nicht bieber sondern hier im maulwürfen immer rausspringen die haben mich immer so abgefuckte münzen ich glaube das geilste was man bekommen kann als prinzessin okay jetzt nicht die mich von hinten alter ist das eine ratte die prinzessin die kriegte ich nicht schon ich habe gesagt ey guck mal war ich dir jetzt kommt mario alter ihr bruder oder freund und da wird der dritte prinzessin hat dann dies von aggro erlernt oh nein alter scheiße boah nervt die man ich knall dich gleich ab und da kommt er wieder und king kong was ist der denn immer erst boah oh nein hau ab gib mir mal einen stern hau ab man es gibt es doch nicht ey die blockerin das ist die blockerin des jahres heute naaaood scheiße nein oh gott im himmel bewahre oh gott im himmel bewahre die frauen die frauen steuer alter die nerven wieso ist sie denn immer zweiter verschwinde da hinten leute ich hasse ich war wirklich katastrophal schlecht ja legt eine eier woanders in das ist nicht böse war aber lange hatte stellen gehalten hat und ich habe keinen platz fahr ich den müll zusammen heute online diese superecke ich werde nicht ich werde es wieder jetzt ich habe kein leben mehr ich schaff das nicht die mensch denn ja war ja du ach komm fuck you und diese nase die er da und juckt eben was soll der scheiß ja ne das spiel ist eigentlich ganz cool aber ich bin grad schlecht aber tut mir leider was ist das denn für eine map was ist der hölle ich hätte nie die easy maps nehmen sollen das war mario kart für den super nintendo falls ihr ein besseres spiel kennt was mario kart mäßig ist oder keine ahnung irgendein altes spiel für mich wisst schreibt es mir unten in kommentare ich werde es auf jeden fall mal anzocken falls ihr irgendwas schweres kennt oder irgendwas geiles irgendwas scheppernes was ich noch nicht gezockt habe also von mir ist auf jeden fall mario kart daumen hoch wenn man ein geiles kill hat nicht so wie ich katastrophalen skill dann ist auf jeden fall mario kart cool wenn ihr einen freund habt könnt ihr auch mario kart mit dem spiel also für kinder ist das spiel gut geeignet früher habe ich sehr gerne gespielt als kleines kind aber heute ist gar nicht mehr ich habe kein skill mehr ist auf jeden fall gut gehalten das spiel macht auf jeden fall noch spaß naja was soll man sagen mario kart hat also ich bedanke mich fürs zusehen und wünsche euch in dem sinne alles gute und wir sehen uns im nächsten und die spiel in den sinne euer gregor haut rein und auch wieder schauen und lasst mir einen daumen da falls es euch gefallen hat in dieser chau chau euer gregor peace and over and out gut 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 gut